Sie wittert das große Geld. Wenn du klug bist, machst du das Geschäft mit mir. Mit Drogen an die Macht. Wann fangen wir an zu verkaufen? Wir verkaufen erst, wenn Katja uns nicht mehr stören kann. Und Walter auch nicht. Sie stellt die perfekte Falle. Es ist alles da, im Bad. Und alle spielen mit. Es ist mir scheißegal, wie ihr das Zeug gehört. Ich steck sie beide in den Bunker. Ist das nicht ein Wahnsinnsgefühl, wenn die Leute genau das machen, was man von ihnen will? Hintergittern, die neuen Folgen. Heute 21.15 Uhr.